Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beginnen wir einfach mal mit einem kleinen News-Video. Die Woche werden aber noch mehr Videos folgen. Ich nehme jetzt mehrere Videos hintereinander auf, unter anderem auch ein Edelmetall-Video. Das wird sehr ausführlich werden. Ich werde mir mal wieder einen Edelmetall-Sektor sehr ausführlich angucken. Außerdem möchte ich die Woche noch mal ein Video machen zum längerfristigen Trades. Da werde ich dann später in dem Video dann auch ein bisschen was neu erzählen, ein Trading-Video. Und jetzt eben ein reines News-Video, wird ein ganz kurzes. Ich möchte einfach aufzeigen, welche News die Woche anstehen, was relevant für mich ist und vielleicht bringt es ja dem einen oder anderen was. Zunächst aber der Risikohinweis, wie immer. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kunde, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, aber es ist meine Empfehlung. Und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Dann schauen wir uns doch mal die News der Woche einfach mal an. Für mich gibt es die Woche gar nicht so viele entscheidende News. Gestern vielleicht ganz interessant noch, dass dann die Daten grundsätzlich bei allen ein bisschen schlechter ausgefallen, auch in Deutschland eben schlechter als prognostiziert, was mich jetzt überhaupt nicht verwundert. Die Woche haben wir übrigens sehr viele FED-Speaker. Die geben ihre Einschätzung eben ab zum Markt. Kann man sich anhören oder auch nicht. Ist verhältnismäßig, also für mich immer relativ irrelevant. Die versuchen eh ihren Markt nicht zu verkraulen. Interessanter ist heute eben gewesen, CPI. Die Inflation geht weiter zurück in Deutschland. Hat die aber genau einen Erwartungswert letztendlich erreicht. Also keine Besonderheit, deswegen wird es da auch keine großen Auswirkungen auf den Markt geben. Dann eben wieder FED-Speaking und für mich dann eher schon interessant Neuseeland. Inflationserwartung, da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich gehe mal davon aus, die wird deutlich nochmal zurückgegangen sein, weil man ja keine Zinserhöhung mehr gemacht hat. Und dann finde ich natürlich noch sehr interessant, CPI natürlich auch in China. Also auch das, was ich mir anschauen, wird auch, denke ich, interessant werden. Dann, Mittwoch, da haben wir natürlich Russland nochmal, CPI ist aber für mich eher irrelevant, weil ich den Markt nicht handel und nicht spiele, deswegen nicht wichtig. Für mich hingegen dann nochmal interessant Donnerstag. Ja, Donnerstag ist für mich viel, viel interessanter nochmal. Interest Trades bekommen mir hier nochmal geboten. Aber was mich vor allem interessiert, ist das OPEC-Meeting. Wenn man da weiß, wie man das handelt, ist das super, wenn man da, ja, Ölinvestments sucht an dem Tag. Da kann man sehr schnell, sehr leicht Rendite rausziehen durch das OPEC-Meeting. Und der Monthly Reporter, der eben rauskommt, also unbedingt mal angucken. Dann natürlich auch in Amerika CPI-Taten. Die werden für mich wahrscheinlich am spannendsten in der ganzen Woche werden. Da bin ich sehr neugierig, was da rauskommt, weil die Inflation ja doch ordentlich in Amerika zurückgegangen ist, oder halt in den USA. Und da müssen wir mal gucken. Dann Neuseeland-Dollar finde ich noch ganz interessant. PMI-Zahlen, vielleicht kann man da mal einen Trade in Neuseeland-Dollar aufsetzen. Und Freitag geht es dann im Großen und Ganzen vor allem um Großbritannien. Der Rest ist eher irrelevant, aber Großbritannien, ganz, ganz spannende Daten, wo rauskommen. Vor allem Wirtschaftsdaten. Und das wird spannend. Vielleicht kann man sogar mal einen Fuzzi handeln. Oder eben vor allem das britische Pfund, worauf ich natürlich Bock hätte und mir einen Trade raussuchen werde. Zumindest, wenn es einen guten Einstieg gibt. Das wäre es eigentlich schon mit den Wirtschafts-News. Schauen wir uns noch ganz kurz Earnings an, die die Woche anstehen. Auch jetzt sind nicht so unbedingt die großen Unternehmen dabei, die ich mir persönlich anschaue. Montag gar nichts. Nur eins kann man halt feststellen. Sehr viel Rot. Das heißt, die Erwartungen wurden nicht erfüllt, nicht erreicht. Heute Ellie Lilly kennt man vielleicht und natürlich UPS. Das finde ich ganz interessant. Und Take-Two bin ich noch neugierig, was rauskommt. Das war es aber eigentlich für mich schon fast. Denn eigentlich gibt es dann nur noch am Mittwoch Walt Disney, wo ich mir anschauen werde. Und der Rest ist eher uninteressant für mich. Also die Woche steht eigentlich nicht wirklich was Weltbewegendes an. Am interessantesten eben noch die Inflationszahlen die Woche. Gerade eben haben wir ja gesehen USA. Und was mich noch interessiert, Großbritannien wegen britischem Pfundtrade, dann auch noch die vielen News, die da auf gehäuft rauskommen. Das war es dann auch schon mit einem kleinen News-Video. Also bitte auf die Sachen aufpassen, wer das handeln möchte. Und die Werte kann man sich herausholen. Das heißt, wir schauen uns die Woche Neuseeland-Dollar an. Vielleicht finden wir da einen guten Trade. Britisches Pfund möchte ich unter Umständen traden. Und natürlich auch einen US-Dollar, das heißt Euro-US-Dollar vielleicht. Oder auch in einem anderen Währungspaar mal gucken, was sich da ergibt. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich mir ein bisschen näher anschauen werde. Ich bedanke mich wieder an der Stelle fürs Zuhören, fürs Zugucken. Und ja, die Tage folgen ja noch einige Videos. Viel Spaß und viel Glück die Woche beim Traden. Und ja, die Tage folgen ja noch einige Videos.